Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Ja, jetzt nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Max. Zuletzt haben wir hier Top Dog ausgeschaltet. So, das Ding gehört jetzt uns jetzt hier. Zack, dieser einer meiner. Gaswerk, Lager aufgelöst, bla bla. Und jetzt die kaputten Rohre. Kommt, da fahren wir mal hin. Aber vorher muss ich hier noch ein bisschen erkunden. So, jetzt. Humpel, humpel. Oh, 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 da ist aber wenig Wasser. Das ist wenig Wasser. Ich muss hier irgendwo Wasser sein. Ja, irgendwo ist hier noch Wasser. Hier war irgendwo noch Wasser. Schnell hier runter. Wir müssen ja jetzt nicht die Treppen laufen. Beziehungsweise die, äh... Ich sag immer Treppen. Das sind doch gar keine Treppen. So. Wo war ich jetzt hier? Ach so, der Teil. Hier war ich. Da ist Benzin. Es ging hier irgendwo noch hoch. Neuer Feind, Buster Boys. Was ist Buster Boys? Diese Gegner sind dir schwer zu fassen. Deine beste Chance, später den Angriff abzuwarten und eine Parade mit Arafa und Konter aufzuführen. Ein Schultersturm überrascht sie und bringt sie zum Stolpern. Lass sie dir danach aber nicht zu lange Zeit für den nächsten Angriff, da sie schnell erholen. Heißt jetzt was? Die sind jetzt hier oder wie? Ah, guck mal. Hier ist was zu essen. Ja, ich esse immer erst auf dem Rückweg. Uh. So, wo ging es hier jetzt noch weiter? Ja, hier war doch noch irgendwas, wo es weiterging. Hier. Oder? Oder nicht? Dann ging es doch irgendwie hoch, oder? Äh. Der Turm hier. Moment mal. Ne. Ach so. Aber ich komme hier nicht rein. Ach, ich kam von hier. Dann da? Hm. Ja. Hier ist eine Waffe. Moment mal. Okay, jetzt bin ich hier unten. Ach, das Fahrzeug. Ja, das nehme ich jetzt mit und bringe ich weg. So war's. Guck mal, da oben liegt noch mal. Da, ich hab was vergessen. Da, ich hab's da. Da, ich hab's da. Ich hab's da. Äh, wo komm ich denn da hin? Äh, und hier ist Wasser. Ah, okay. Okay. Ich will doch jetzt nicht wieder ganz nach oben. Ah, so ein Scheiß hier. Nee, der will nicht. Ich schlepp mich, ich schlepp mich. Da liegt noch was. Da muss ich hin. Ist hier eine Scheißleiter? Kann ich so... Äh, ist echt mies jetzt hier. Von da, 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 da. Wie komm ich denn da hoch? Ach, ist mir aber wurscht jetzt. Und bleibt der Teil da liegen. So, wir müssen da hin. Ähm... GT, GT. Eben die Karre wegbringen. Ja. Kann ich die auch da hinbringen? Nee, oder? Ich hoffe, es wird jetzt kein Sturm aufziehen. Ach, fahr doch. Alter. Jetzt hängt hier so ein Scheißschlamm fest. Bo, bo, bo... Bo, 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 bo. Och... So, ich bin raus. Wo muss ich jetzt genau hin? Wo bin ich? Da. Irgendwie links. Entspannt euch, lehnt euch zurück. Wir bringen mal eben ein Auto weg. Hier gibt es noch ein Auto weg. Da. 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 Ich fahre mir schon wieder hinterher. Mann, fick dich doch. Die Penner, ey. Die machen mir nur mein Auto kaputt. Nicht das Auto. Noch zwei von denen. Da ist es, Rimb! Oh, keine Ahnung, sie ist verletzend. Oh, Boss. Sie ist zu blühen! Ach ja... Doe auch! Immer so kurz vorm Ziel wollen die unbedingt Ärger haben. Mann, ey. Die hätten den wieder kaputt gemacht. Ich hatte keine andere Möglichkeit. So, jetzt kann ich den wegbringen. In Ruhe hoffe ich. Ich weiß nicht, warum fährt der so lange da? Nein, ein Auto! Bleib stehen! Ich will doch nur eine Information von dem hier. Erzähl! Interessant. Irgendwie habe ich gerade nicht zugehört. Egal. Boah, Sikar-Alarm. Fahr doch! So, jetzt gibt es wieder... Schrott abgeliefert! 786. So, Fahrzeug wurde hinzugefügt. Was machen wir mal nur? Den oberen Teil hier. Hier unten war ich. Das müsste ich eigentlich auch noch machen. Aber ich bin jetzt hier oben. Und dann... zu Mr. Informatik. Und dann Ölpumpenlager die Rohre. Und dann... Ne, das hier. Markiertes Bauteil. Das hole ich mir. Also, einmal da hin. Ich habe keine neuen Bauteile, oder? Ich habe keine neuen Bauteile, oder? Und dann ... Freitag! Es gibt auch keine neuen Bauteile, oder? Ich bin kein Mensch! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kabel schnallen für Kabel schnallen klar was du so die Kabel schnallen kaputt machen die am Boden verankert sind einsteigen einsteigen ich sehe keine schnallen ich sehe nur Gas ich muss die Kabel zerstören das meinst du ja wenn ich es laut hier mit von den komischen Kabel nicht nicht sehen Ey, bin ich doof, oder was? Ist festgebunden. Ja, wie soll ich die kaputt machen? Was soll ich wo kaputt machen? Kabel-Schnalle. Da ist Gas. Ach, da unten die Dinger. Das meinen die. Komm, geh kaputt, du. Nein, ich brauch mein Auto. Wo ist denn der jetzt? Habe ich ihn geparkt? Hallo. Chummy. Ich bin hier. Ich finde mein Auto nicht mehr. Ich habe mich verlaufen. Ah, da. Wer kommt? Hier bin ich. Hier. Ich habe dich gefunden. Ich habe dich gefunden. Du hast mich gefunden. Ja, wirklich. Ich bin hier. So, jetzt geht's bergauf. Alles klar. Kann man hier durchfahren? Ist ja witzig. So, jetzt geht's bergauf. So, jetzt geht's bergauf. Fuel Fines. Schauen wir uns mal um. Das ist ein komisches Lager. Cheatsfestung, Ölpumpenlager, das kann man bald platt machen. Jo, schön hier. Snipper. Vogelscheuche stark. Okay. Vogelscheuche stark. Todesfahrt. Ach, das wollte ich auch machen, ne? Todesfahrt. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Fertig. So, und jetzt wieder abwärts. Hammer alles. Hm, 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 hm. Jo, dann sag ich auch mal schönen Dank fürs Zuschauen. Und man sieht sich vielleicht in der nächsten Folge. Ah!